Wer hat denn das da? Leute, hat das gehängt? Oh, jetzt raus, ich glaube schon. Am Eingang da gibt es die Schlucht. Gut, Evi! Ein laschiger Unterlauf. Der Höhenfluss Angitis. Der Post zeigt uns jetzt, wo es lang geht. Angitis Urlau! Hier haben wir jetzt eine wunderschöne Picknickstelle und Einstiegsstelle ausgesucht. Nach einem kräftigen Regenschauer, den uns der Palud anschließend eingehender erklären wird, wird es jetzt doch recht schön. Und dann ist das Schlucht. Hat einiges mitgehabt zum jasen, ein paar andere haben noch Bier auf keinen mitgehabt. Wir stehen auf der alten Via Ignatia und blicken in das Tal des Compsathos, der früher Kuro geheißen hat. Das ist etwas steinig, die Sache. Etwas steinig die Sache. Die Tempelschlucht wird befahren. Der Herbert geht zu Wildwasser an. Und gefällt es dir? Ja. Und gefällt es dir? Nein! Eines schlägt. Zur Gänze! Ja. 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 Das ist das. Wie erklären Sie das? Was sind da alles für Zutaten dabei? Salat mit Zwiebeln mit Oliven. Was sind die Tempel nicht? Sie werden es geheißen. distractige Musik über die Schleuchte Stabiltasse. Die Schleuchte Stabilität macht es nicht mehr. Das ist für die Schleuchte. Das ist die Schleuchte. Der Schleuchte, der Schleuchte, der Schleuchte, der Schleuchte, der Schleuchte, der Schleuchte und der Schleuchte. Das ist auch ein paar Tage. Vielen Dank.